Hier prügelten sich zwei Großfamilien wegen einer Liebesbeziehung. Am Sonntag eskalierte im Ludwigshafener Stadtteil Heemshof eine Auseinandersetzung. Schauplatz, ein Haus in der Limburgstraße, in dem zwei verfeindete deutsch-türkische Großfamilien wohnen. Zuerst geriet ein 22-Jähriger in Streit mit Brüdern der anderen Familie. Der 22-Jährige und die Schwester der beiden Männer führen offenbar eine Liebesbeziehung, die den Familien schon lange ein Dorn im Auge war. Sogar die Polizei rückte an, schlichtete zuerst. Doch dann eskalierte die Situation. Elf Mitglieder beider Familie im Alter zwischen 17 und 76 Jahren gingen aufeinander los. Fünf von ihnen erlitten schwere Kopfverletzungen, mussten ins Krankenhaus. Die Ermittlungen dauern an. Fünf von ihnen erlitten schwere Kopfverletzungen, mussten ins Krankenhaus.